Wir brauchen jetzt wieder die Zuschauer, also alle Heubacher jetzt mal einen kräftigen Applaus. Die Profis stehen am Start. Es geht zur Sache. Und der Startschuss. Applaus! Joffin Kess ist der Erste, der hier ins Rennen geht. Marke, schön die Lützung auf Rang 3, Fabian Kieger noch davor. Das sind die ersten drei, die jetzt hier in der... Wir haben jetzt noch zwei, die hier in der Пос productive. Das ist jetzt ganz schön. Danke. Danke. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Dienersender. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Schule, auf geht's! Schule, auf geht's!